Hat deine Nummer eine Bedeutung? Ja. Und? Was ist die Bedeutung? Und? Die Bedeutung ist, mein Papa hat mit der Fröhre gespielt und die habe ich so übernommen. Was ist dein Go-To-Frühstück? Alles. Alles auf einmal am besten. Hast du gerade Hunger? Ja, ich habe richtig Hunger. Ich sterbe vor Hunger. Offense oder Defense? Defense. Echt? Ja, klar. Alter, klar. Kennst du mich oder was? Hinsen? Ja, doch, aber... Ja, und? Ich weiß nicht. Ja, ja. Du Offense oder was? Ja, ja. Was ist dein Lieblingslied zurzeit? Oh. Also gerade, ich brauche immer so ein bisschen, wenn ich Krafttraining mache, immer so ein bisschen, ne, was mich pusht. Und gerade höre ich so Remix-Mixe an, so von, keine Ahnung, von alten Liedern, die man halt schon kennt und dann ist es ganz geil. Let's do it. Okay.